So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Also halbrichtig. Eigentlich wollte ich heute diese Wundertüten aufmachen. Davon habe ich noch einige. Ihr kennt das ja. Raumgleiter 1, 2, 3 Minifiguren, 5 Euro. Auf dem Weg nach Hause, ich fahre ja mit dem Fahrrad nach Hause, an der Tankstelle angehalten, weil ich Durst hatte. Habe mir was zu trinken geholt und gucke dabei so an den Zeitschriftenwand. Und was sehe ich da? Diese Farbe. Da musste ich natürlich erstmal hin, ob das eine Wundertüte ist. Ja, das ist die brandneue und aktuelle Lego Stavos Super Jedi Pack Wundertüte Nummer 1 für 5 Euro. Und ja, fast das gleiche Motiv oder dasselbe kam schon mal vor 10 Monaten, ist bestimmt ungefähr schon her, auch schon mal raus. Da hieß es nur Jedi Pack Wundertüte. Aber nichtsdestotrotz, obwohl ich die an der Tankstelle gesehen habe, habe ich natürlich mir 2 Stück gekauft. Ich hätte mehr, aber leider waren da nur 2 Stück da. Aber nichtsdestotrotz, in die brandneue und aktuelle Lego Stavos Wundertüte für 5 Euro. 2 von 7 Magazine, 2 von 8 Extras und 1 von 2 limitierte Karten. So, Stavos, limitierte Karten sind raus, sind nicht so viel hochwertig. Aber jetzt guckt mal hier. 8 Extras. 5, 3. 5, 3. Schaut mal hier in das Vorgängermodell. Eine Figur, Luke, ist immer genial. Zweite Figur, ein Imperator. Sonst, Raumgleiter, 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 einer A-T-S-T. Gab es auch schon öfters, habe ich auch schon ein paar Stück gezogen. Aber, es ist wieder 5 Euro, eine Wundertüte. Ist ein Standardpreis geworden. Zwei Minifiguren nur. Ist natürlich, und ihr kennt das mit Wundertüten, die Minifiguren hat man sowieso nicht. Es ist so. Ihr seht es bei mir und ich mache wirklich sehr viele Wundertüten auf. Aber nichtsdestotrotz, an allen da draußen, die diese Wundertüte kennen, nicht nur kennen, auch schon sich eine oder vielleicht mehrere geholt habt. Hattet ihr schon mal eine Minifigur? Schreibt es bitte in die Kommentare. Nicht nur alleine für mich, auch für alle, alle, alle anderen Zuschauer. Weil die wollen es ja auch wissen. Müssen wir eine holen? Haben wir eine Figur? Müssen wir 10 holen? Haben wir keine Figuren? Es gab mal Wundertüten, die waren richtig cool. Werde ich euch auch noch zeigen. Aber nichtsdestotrotz. So, will ich jetzt nicht länger drum herum reden. Werde ich jetzt natürlich die brandneuen und aktuellen Lego Star Wars Super Jedi Pack Wundertüte Nummer 1 für 5 Euro öffnen? Zwei von sieben Magazine. Zwei von acht Extras. Passt natürlich überhaupt nicht, aber wollen wir mal sehen. Ein Extra ist in jeder Tüte wohl gleich. Das ist das Achte. Und welches das ist, das schauen wir uns mal an. Oder ich schaue es mal an und zeige es euch dabei. So muss es ja heißen. Aber, jetzt kommt es. Weil letzte Zeit, die Wundertüten, das ist wirklich so. Ihr kennt meine Videos. So, jetzt haben wir hier ein nicht eingepacktes, ein eingepacktes. Rückseite seht ihr jetzt schon selber. Ja, cool. Ihr seht es auch selber. An die Star Wars Produkte etwas älter. Das bedeutet, vorne ist auf jeden Fall ein Booster-Tütchen dabei. Und es ist, tadaat! Das Lego Star Wars Magazin Nummer 45. Hey, ich freue mich. Eine Woche später, wenn das 46 rauskommt. Uuuuh. Ja, ist natürlich schon etwas älter. Aber, nichtsdestotrotz kann man es einmal gebrauchen. Das Magazin ist wirklich älter, weil ihr seht schon, welches Booster-Tütchen hier drauf ist. Lego Ninjago Serie 4. Also, ich hätte es gesagt, Boba Fett-Ship. Ist cool, wenn man so ein kleines Dierama baut. Kann man einmal gebrauchen. Zweimal. Ja, ich gucke mal eben nach die Ersatzteile. Ja, man muss sie nicht unbedingt wirklich haben, so oft. Aber, nichtsdestotrotz. Mein erstes aus das Magazin. Ah, stopp! Schnell zurück, oder? Das ist ein Booster-Tütchen. Von Ninjago und Ältris. Ultrakarte dabei? Nicht wirklich, aber mein Kumpel Kai. So, kommen wir jetzt. Das Zweite. Ist eingepackt. Uuuuh, schaut mal. Ja, ist etwas älter. Limitierte Karte vorne. Und es ist... Die Limitierte Karte NE8. Und ein Raum, Leute. Den habe ich schon wirklich aus Wundertüten rausgeholt. Ihr kennt das Video. Ich habe davon... Ich weiß gar nicht, wie viel mal aufgebaut. Fängt das Ganze schon wieder an. Ah, weil... Ist das Lego Star Wars Magazin Nummer 53. Ist auch ein elektrischen Magazin. Ist auch ein älterer Raumgleiter. Habe ich in allen Größen da. Das Polypack-Tütchen, wie ich das jetzt nenne, ist es zwar nicht, aber... Ich weiß nicht, gefüllte hundertmal. Ihr kennt die. Von mir. Ja. Welches Tütchen davon... Wird immer dabei sein. Wie gesagt, wenn ihr schon ein oder mehrere Wundertüten gekauft habt. Auch geöffnet habt. Welchen hattet ihr bis jetzt immer drin? Vor allen Dingen hattet ihr eine Figur drin. Ich wünsche es euch. Wenn ich erst schon keine, wo ich zeigen kann. Oh, ihr seht die Rückseite. Ihr seht die Rückseite. Wober Fett Schiff klebt wieder. Lego Star Wars Magazin Nummer 45. Hey, ich freu mich. Zweimal. Vielleicht habe ich wenigstens was in dem Booster-Tütchen drin. Oh, wieder mein Kumpel Kai. Zweimal mein Kai. Hast mir mal kein Glück gebracht. Das ist auch so eine Figur vorne vor. Und fertig. So. Da ist das eingefackte Magazin. Was ihr immer drin haben werdet. Auch das zweite davon. Warum? Weil da die limitierte Karte dran steckt. Klebt. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen. Soll. Ihr wisst. Ich mache verdammt gerne Wundertüten auf. Verdammt gerne. Auch für Ersatzteilspender Tütchen. Die schwarzen Steine kann man immer gebrauchen. Das ist einfach so. Die kann man immer wunderbar gebrauchen. Da bin ich jetzt auch nicht so böse drüber. Aber. Letzte Zeit. Ihr kennt meine ganzen Wundertüten Videos. Es gibt coole Wundertüten. Da ist immer eine coole Figur drin, die man gebrauchen kann. Zeige ich euch natürlich in anderen Videos. Weil das gehört nicht zu Lego Star Wars. Aber. Die brandneue und aktuelle Lego Star Wars. Super Jedi Pack Wundertüte. Muss ich echt sagen. Würde mir gefallen wegen den Figuren. Schaut mal genauer hin. Weswegen würde euch die gefallen? Wegen den Figuren. Aber es ist nochmal gut, dass ich noch ein paar ältere Tüten da habe. Werde ich natürlich noch vor die Kamera aufmachen. Da hat man ja wenigstens eine Chance. 50,50. Drei Raumgleiter. Drei Figuren. Auch 5 Euro. Aber wie gesagt. Werde ich demnächst mal vor die Kamera aufmachen, wie viel Glück ich habe. Aber nichtsdestotrotz. Schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare. Wie findet ihr die Wundertüte? Was haltet ihr von? Habt ihr euch schon welche gekauft? Wollt ihr euch welche kaufen? Oder sagt ihr auch? Ah. Eine oder zwei maximal. Schreibt es in die Kommentare. Und vor allen Dingen alle Leute, die diese Wundertüte natürlich schon gekauft haben und geöffnet haben. Hattet ihr eine Figur drinnen? Das schreibt mir in die Kommentare. Und ich verlinke natürlich irgendetwas von Lego Star Wars unter dem Video. Sicher. Bequem. Auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Aber das aller Wichtigste ist natürlich, bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.